Der Prolog von Orid vom 6. Juli Gedenken Der gottgeweihte Sisoyes der Große war von Geburt Ägypter und ein Schüler des heiligen Antonius. Nach dem Tod seines großen Lehrers ließ sich der heilige Sisoyes auf einem Berg in der Wüste nieder, der der Berg des heiligen Antonius genannt wurde, weil der heilige Antonius dort zuvor sein asketsches Leben geführt hatte. Er nahm schwierige Mühen auf sich, demütigte sich so sehr, dass er sanftmütig und arglos wie ein Lamm wurde. Dafür gewährte ihm Gott reiche Gnade, sodass er die Kranken heilen, unreine Geister austreiben und Tote auferwecken konnte. Sisoyes führte 60 Jahre lang in der Wüste sein Leben strenger als Käse und war eine Quelle lebendiger Weisheit für alle Mönche und Laien, die zu ihm kamen, um Rat und Unterweisung zu erhalten. Vor dem Tod leuchtete sein Antlitz wie die Sonne. Die Mönche umstanden ihn und waren voller Verwunderung über diese Erscheinung. Als der Heilige seine Seele aufgab, war der ganze Raum von einem süßen Duft erfüllt. Sisoyes entschlief in sehr hohem Alter im Jahr 429. Der heilige Sisoyes lehrt die Mönche, Unabhängig davon, auf welche Weise Versuchung zu Menschen kommt, sollte er sich dem Willen Gottes hingeben und anerkennen, dass die Versuchung aufgrund seiner Sünden auftrat. Wenn etwas Gutes geschieht, sollte man sagen, dass es durch die Vorsehung Gottes geschah. Ein Mönch fragte Sisoyes, Der heilige antwortete, Der Mönch fragte Sisoyes, Amon klagte gegenüber Sisoyes, dass er sich die weisen Sprüche, die er liest, nicht merken könne, um sie in den Gesprächen mit Menschen zu wiederholen. Der heilige antwortete, Das ist nicht notwendig. Es ist notwendig, Reinheit des Geistes zu erlangen und aus jener Reinheit heraus zu sprechen und dabei die Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Die heiligen Märtyrer Marinus, Marius und Martha mit ihren Söhnen Audifax und Habakuk, die Priester Valentin und Kyrin sowie Asteros und viele andere. Sie alle erlitten das Martyrium unter Kaiser Claudius Flavius in Rom im Jahr 269. Marinus und Martha waren wohlhabende Leute aus Persien. Sie verkauften ihren ganzen Besitz in Persien und kamen mit ihren Söhnen nach Rom, um die heiligen Reliquien der heiligen Apostel und Märtyrer zu verehren. Als sie der Kaiser fragte, warum sie eine solch weite Strecke zurückgelegt und ihr Anwesen verlassen hatten, um tote Menschen in Rom aufzusuchen, antworteten sie, Wir sind Knechte Christi und wir sind gekommen, um die heiligen Apostel zu verehren, deren unsterbliche Seelen bei Gott leben, damit sie unsere Fürbitter vor Christus, unserem Gott, seien. Kyrin wurde in den Tiber geworfen und Marinus und Martha bargen seinen Leichnam und begruben ihn ehrenvoll. Der Priester Valentin wurde dem Befehlshaber Asteros übergeben, damit dieser ihn dazu überrede, Christus zu verleugnen. Doch Valentin heilte durch sein Gebet die Tochter des Asteros, die seit zwei Jahren blind gewesen war. Daraufhin taufte Valentin Asteros und seine ganze Familie. Auf verschiedene Weise erfuhren sie alle Leiden und Tod um Christi willen, der sie in sein ewiges Reich in die ewige Freude aufnahm. Die Auffindung der Gebeine der heiligen Jungfrau Juliana Juliana war die Tochter des Fürsten von Olsansk. Sie starb ungefähr im Jahr 1540 als Jungfrau im Alter von etwa 16 Jahren. 200 Jahre nach ihrem Tod fanden einige Männer, die ein neues Grab neben der großen Kirche im Kiewer Höhlenkloster ausgruben, die Reliquien dieser heiligen Jungfrau völlig unversehrt und unverwesst, als wäre sie gerade erst entschlafen. Viele Wunder geschahen über diesen Reliquien und Juliana selbst erschien viele Male bestimmten Personen. Der berühmte Peter Mogila hatte eine solche Vision. Die heilige Märtyrerin Lucia wurde vom barbarischen König Austius in Campania gefangen genommen. Der König wollte, dass Lucia mit ihm als seine Konkubine lebte, doch sie widersetzte sich. Der König ließ sie in Frieden, sodass sie ein asketisches Leben führen konnte. Sie bekehrte sogar den König zum Glauben, denn er gewann in einer Schlacht durch ihr Gebet in sie. Am Ende erlitt sie zusammen mit dem König das Martyrium um Christi willen in Rom. Dies geschah um das Jahr 300. Lobeshymne Der heilige Asteros Ein Sklave war Asteros, dem Götzen Zeus, und Valentin, der Priester, ein Sklave des Asteros. Wer ist Christus? fragt der Aristokrat den Valentin. Über Christus, den Sohn Gottes, befragst du mich? Für die Welt ist er das Licht, den Menschen ist er das Licht, für alles und für alle guten Wesen ist er das Licht. Reines Licht ist er, und nichts Finsteres ist in ihn gemischt. In die Finsternis stieg er hinab und brachte Licht. Die Lebenden erleuchtete er mit Werken und Lehren, die Toten erleuchtete er mit dem Leuchten der Auferstehung. Durch sein Strahlen wurde der ganze Hades zerstört und das Menschengeschlecht mit Liebe entflammt. Entflammt mit Liebe, erleuchtet mit Weisheit, mit Gott versöhnt im Lächeln der Barmherzigkeit. Dies ist Christus, der Herr, für den ich sterbe, und in dessen Namen ich die Götzen zertrete. So sprach Valentin, und Asteros antwortete darauf, All jene Worte empfange ich als reines Gold. Wenn du, Valentin, meine blinde Tochter heilst, werde ich deinen Glauben annehmen. Der Priester hörte dies und kniete und sprach zum Allerhöchsten ein inniges Gebet, und seine Hände legte er auf die Augen dieses Mädchens. Des Mädchens Augenlicht kehrte zurück, Asterios sprang auf und ab wegen dieses Ehrfurcht gebietenden Wunders und anerkannte Christus und gab sein Leben für ihn. Ein Märtyrerleben gab er ihm. Betrachtung Woher wissen wir, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Wir wissen es von Christus, dem Herrn, auf der Grundlage seiner Worte, seiner Auferstehung und seiner Erscheinung nach seinem Tod. Philosophen, die ein Leben nach dem Tod bekennen, nehmen dies aufgrund ihrer eigenen Überlegungen an, wir aber sind davon auf der Grundlage von Erfahrung. Er war der Grundlage von Herrn, besonders der Erfahrung heiliger Männer und Frauen, die keine Lüge verkünden konnten. Als der heilige Sessorius auf seinem Sterbebett lag, war sein Gesicht von Licht durchdrungen. Die Mönche, seine Schüler, umstanden ihn. Plötzlich wurde der Blick des Heiligen höchst aufmerksam, und er sagte, Seht, die Propheten kommen. Sein Angesicht wurde noch leuchtender, und er sagte, Seht, die Apostel kommen. Dann sagte er, Seht, die Engel kommen, um meine Seele mitzunehmen. Schließlich leuchtete sein Antlitz wie die Sonne, und alle waren in großer Furcht, und der Altvater sagte, Seht, der Herr kommt. Schaut her, ihr alle. Hört. Er spricht. Bringt mir das außerwählte Gefäß aus der Wüste. Danach gab der Heilige seine Seele auf. Wie viele ähnliche Visionen sind geschehen, und alle wurden von verlässlichen Zeugen bezeugt. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über den wundersamen Mannerregen vom Himmel, der geschah, um die Menschen in der Wüste zu speisen. Exodus 16 Wie der Herr den Israeliten in der Wüste 40 Jahre lang Manner vom Himmel gab, die himmlische Nahrung so süß wie Honig. Wie dieses Manner eine Vorabbildung des Herrn Jesus Christus darstellte, jenes lebendigen Brotes, das vom Himmel herabkam, um mit sich selbst den geistlichen Hunger der Menschen in der Wildnis des Heidentums zu stellen. Wie nichts meine hungrige Seele sättigen kann, außer Christus, der lebendige Herr, süßer als Honig. Homilie Über den schrecklichen Preis der Rettung Ihr wurdet nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft, nicht für Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. 1. Petrus 1, 18-19 Vermochte jemals irgendeiner meine Brüder, für Silber und Gold eine Arznei gegen Sünde zu kaufen? Keiner, niemals. Vermochte jemals irgendeiner meine Brüder, eine Waffe gegen den Teufel aus Silber und Gold zu schmieden? Keiner, niemals. Vermochte jemals irgendeiner meine Brüder, für Gold und Silber jemanden aus dem Tod zu retten? Keiner, niemals. Keiner, niemals. Etwas sehr viel Wertvolleres als Silber und Gold war als Arznei, Waffe und Kaufpreis nötig. Das kostbare Blut des Sohnes Gottes war nötig, um die Wunden der Sünde zu salben und zu heilen. Das kostbare Blut des Sohnes Gottes war nötig, um gewappnet zu sein gegen böse Geister, um sie mit seiner Kraft zu verbrennen und sie aus dem Menschen herauszutreiben. Das kostbare Blut des Sohnes Gottes war nötig, um den Friedhof dieser Welt zu besprengen, um den Tod zu zerstören und die Toten aufzuerwecken. Das Lamm Gottes ohne Fehl und Makel wurde für uns geschlachtet, um uns aus dem dreifachen Kiefer der Bestie zu ziehen, der Sünde des Teufels und des Todes, die sich mit aller Kraft auf das fehlerlose und makellose Lamm Gottes stürzten. Sie töteten ihn, doch sie wurden vergiftet von seinem Blut. Dieses Blut wurde vergossen, um sie zu vergiften, doch um den Menschen Leben und Rettung zu schenken. O meine Brüder, wenn ihr nicht die wütende Gewalt der Sünde, die verschlagene Bosheit des Teufels und die Bitterkeit des Todes kennt, dann wägt sie ab mittels des hohen Preises, durch den wir aus der Slaverei unter ihnen gerettet wurden. Das kostbare Blut, Christi, das ist unsere Rettung aus der Slaverei. Erinnert euch daran, meine Brüder, wenn wir uns wiederum freiwillig durch Leichtsinn oder Bosheit der Slaverei unter diesen schrecklichen Drei hingeben, dann gibt es nichts mehr im Himmel und auf Erden, um den Preis der Rettung für uns zu bezahlen. Es gibt eine kostbare Rettung, und die wurde ein und allemal gegeben. O mitleidvoller Herr, stärke uns, dass wir uns mit der Freiheit bewaffnen, die du uns gegeben hast. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.